Lasst mich euch die Legende von Huln-Hochberg erzählen. Lange Zeit bekriegten sich die Tauren dieses Berges. Zahllose Leben, ganze Stämme gingen verloren. Eines Tages kehrte Huln-Hochberg von einer jener Schlachten zurück und fand sein Volk niedergemetzelt von einem unbekannten Feind. Mit seiner Trauer ringend rief Huln die Anführer der verbliebenen Stämme zusammen. Er überzeugte sie davon, sich gemeinsam dieser neuen Gefahr zu stellen. Und nun lasst mich euch Hulns Prüfungen zeigen.